Lieber Kai, hör mal, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen heute Abend mit uns zu quatschen. Sehr gerne. Ich habe nämlich gehört, es gibt Neuigkeiten und zwar, ich habe hier ganz oben stehen, meine Mama. Du hast ein Lied rausgebracht auf Deutsch und magst du uns vielleicht erst mal erzählen, worum es geht? Ich meine, meine Mama, worum geht es? Aber erzähl mir doch mal ein bisschen was drüber. Ja, sehr, sehr gerne. Also meine Mama ist für mich natürlich auch an ganz oberster Stelle, genau wie auf deiner Liste. Und meine Mama ist ein Song über meine Mama, aber auch über jede andere Mama, aber auch drüber hinaus über Frauen generell. Also ich bin immer schon jemand gewesen, der durch Weiblichkeit und Frauen inspiriert war. Und jetzt mit deutscher Musik aufzukreuzen, da hatte ich das Gefühl, ich muss über andere Themen anders sprechen. Und das ist mir gerade ganz doll am Herz, weil ich seit Corona auch bei Mama zu Hause wohne quasi. Stunde von Berlin weg, Bauernhof, da ist alles noch, wie es mal war sozusagen. Und da dachte ich, meine Mama, da bin ich gerade voll dabei. Zum Muttertag habe ich das Ganze geliest und die Message gefällt mir, weil sie halt voll und ganz high ist und auch was ganz anderes als das Englische. Ja, aber das heißt, wenn man ja einen Song schreibt, wo man so, wie du ja sagst, so dahinter steht, wo so diese Message eben da ist, ist das irgendwie nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, ja, irgendein Lied singt, mit dem man eigentlich nicht so viel zu tun hat? Definitiv ist das ein anderes Gefühl. Also es gibt ja, ich meine, das Thema Mama ist ja omnipräsent für mich und es gibt ja nichts Besseres auf der Welt als meine Mama oder das Thema wird doch immer präsent bleiben. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt über eine verlorene Liebe singe, die halt zeitlich, ja, die temporär war. Irgendwann war es halt ein immer präsentes Thema und ja, wird es auch immer sein. Aber ich habe das ja vorhin auch schon angesprochen, es ist ja bei dir auch so eine kleine Premiere, weil du ja auf Deutsch singst. Ist das denn wirklich so, weil viele Künstler sagen, ja, ja, wenn ich in meiner Muttersprache singe, dann kann ich das alles viel besser ausdrücken. Ist das mit ein Grund gewesen, warum du auf Deutsch gesagt hast oder hattest du generell mal Lust drauf? Ja, also besser ausdrücken definitiv und vor allem auch ehrlicher, habe ich das Gefühl. Also Englisch singt immer alles schön und vielleicht achtet man da gar nicht so sehr auf den Text, als wenn man in seiner Muttersprache singt und schreit und auch zuhört. Und man kann natürlich weiter mit der Sprache umgehen. Ich bin kein muttersprachlicher Englischsprecher, kann damit gut umgehen, aber Deutsch ist halt anders, weil man es kennt und man ist auch vorsichtiger damit. Und ich merke auch selbst, je intimer es wird und persönlicher, umso poetischer wird es manchmal. Also entfernt. Und das ist auch interessant zu merken, was eine Sprache mit dem Songwriting macht und sich da auch immer mehr zu finden. Also das ist jetzt der Anfang und die Welt ist so groß und die Möglichkeiten und da habe ich Bock drauf, noch mehr reinzudeiven. Und vielleicht nicht ganz so poetisch zu werden, wenn es persönlicher wird, sondern dann auch das auf den Punkt zu bringen. Also das war so meine Erkenntnis, als ich das beobachtet habe. Es ist schon eine andere Welt. Und was hat die Mama gesagt? Ja, die fand es natürlich super. Also ich habe zuerst überlegt, weil meine Mama hat die Krähe als die meisten Macker. Da würde vielleicht nicht jede Mutti jetzt sagen, boah, das finde ich super, dass du so einen Song über mich machst. Meine Mutter ist eine sehr, sehr starke Frau und die versteht vollkommen, was ich genau damit meine. Und ja, da war sie sehr happy. Habe ich sie zum Geburtstag überrascht, als ich einen Monat hier im Studio war, wo ich jetzt auch gerade bin in Hannover. Habe ich mit dem Song zurück und dann war die Freude groß. Und du hast ja, ich habe ja auch gelesen, dass für Herbst jetzt schon was Neues geplant ist, nämlich eine EP steht, glaube ich, am Start. Wie weit bist du da? Wie sieht es da aus? Also die Songs haben wir an sich. Ich weiß, welche Songs raufkommen. Wir sind jetzt gerade noch am Vocal Recording für eine Single, die es auch auf diese EP mit rauf schafft. Und es ist, ich freue mich einfach tierisch. Es ist sehr happy Musik, gut zum Tanzen. Das ist das, was ich gebraucht habe, weil ich war im letzten Jahr nicht so happy und brauchte da genau das Gegenteil, um mich da rauszuziehen. Sonst bin ich immer so melancholisch in der Mucke. Aber da freue ich mich. Und das dann hoffentlich auch irgendwann mal bald mit Band live zu performen, weil da werde ich, glaube ich, heulen. Das fehlt mir so, so sehr. Und die Musik, ja, da habe ich Lust auf ein Open Air. Sind es denn auch deutsch? Also kannst du mir das schon sagen? Sind es denn nur deutsche Lieder oder sind es auch wieder englische oder ist es gemischt? Oder meinst du da schon was? Ja, also ich gemischt ein bisschen auf jeden Fall. Die nächste Single heißt It's Gonna Be Good. Okay. Aber ja, fast zu, ich würde sagen, zu 80 Prozent Deutsch. Aber ich wollte das auch mit reinfließen lassen, wo ich herkomme. Ein bisschen einbringen, was so jeder versteht, weil ich das auch ganz interessant fand. Man könnte es ja aus dem K-Pop wieder Japanisch und Englisch mixen. Und da hatte ich einfach Bock drauf, das ein bisschen zu kombinieren. Ja, okay. Und wie muss ich mit... Aber ich mache deutsche Mucke mit Englisch mal hier und dort in Englisch. Okay, ich bin gespannt, hörbar. Aber wie schreibst du denn eigentlich? Wie schreibst du denn deine Lieder eigentlich? Weil ich habe jetzt mit einigen Musikern gesprochen, die jetzt auch kreativ waren. Und die haben auch gesagt, so ja, während dem Lockdown die Zeit habe ich genutzt und habe da mal ein Album gemacht. War das bei dir auch so, dass du jetzt gerade jetzt in der letzten Zeit, die ja schwierig war, da besonders kreativ warst? Ja, auf jeden Fall. Weil das war auf jeden Fall so, dass wir uns einen Monat hier eingeschossen haben und einfach probiert haben. Ich war davor auf Tour mit dem Phantom der Oper, davor, also quasi vor Corona-Ausbruch, wo ich auch Deutsch gesungen habe. Und es fühlte sich nicht verkehrt an. Und immer wieder haben Leute gesagt, probier das doch mal auf Deutsch. Und dann haben wir es probiert. Und dann lief das gut. Und dann war man so Feuer und Flamme dafür, dass dann ganz viele Songs entstanden sind, wo man sich jetzt tatsächlich auch entscheiden kann, welchen nimmt man denn oder nicht. Ja, okay. Wie war jetzt die Reaktion auf meine Mama? Wie würdest du die empfinden? Weil du hast ja, klar, über die sozialen Netzwerke und so weiter, man hat ja jetzt ein bisschen mehr Kontakt sogar noch als früher, hat man das Gefühl. Bist du zufrieden mit den Reaktionen, die du so bekommen hast? Auf jeden Fall. Also es ist für mich super aufregend gewesen, das überhaupt anzukündigen. Ich mache jetzt Deutsch und der erste Song heißt Meiner Mama, vor allem, weil er mir auch so am Herzen liegt. Aber das Feedback durchweg sehr positiv. Auch zum Musikvideo, wo ich ja auch die Frauen im Fokus haben wollte. Verschiedene Frauen aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedener Herkünfte. Und ja, da bin ich erst mal sehr stolz drauf und auch happy über das Feedback. Ich war relativ fix stolz darauf. Ich kann mich nämlich erinnern, im letzten Jahr, als ich mein erstes Musikvideo zu Infected rausgebracht habe, war ich da als eigenständiger Independent Artist auf die Zahlen fokussiert. Und Views und Promotion, dass ich gar nicht den Augenblick genommen habe, um mir selbst zu sagen, ey, du hast da ja gerade harte Arbeit reingesteckt, du hast jetzt ein tolles Musikvideo. Und daraus lernt man. Und da bin ich sowohl stolz ganz schnell geworden, als auch gutes Feedback, was ich bekommen habe. Und das ist ein Lernprozess, der ja super spannend ist. Ja, ich habe jetzt hier noch eine ganz große Frage stehen, eigentlich keine Frage, ist eigentlich eine Bezeichnung, da steht Voice of Germany. Weil, es ist immer blöd, wenn man einen ehemaligen Casting-Show Teilnehmer fragt, und würdest du es wieder machen? Das möchte ich nicht fragen. Aber mich interessiert mal, ja, würdest du denn sagen, dass sich das künstlerisch auch weitergebracht hat? Weil du ja auch erst mal die Erfahrung dann gehabt hast, vor diesem riesengroßen Publikum zu stehen. Würdest du sagen, das ist eine Zeit, die ich nicht missen wollte? Ich war ja tatsächlich zweimal da. Ich war ja 2012 dort und im letzten Jahr dann als Allstar. Und ich muss sagen, es waren vollkommen verschiedene Erfahrungen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich gehe nicht nochmal hin. Nach dem ersten Mal habe ich gesagt, ich gehe nochmal hin. Liegt einfach daran, dass ich vollkommen unbefangen ans erste Mal angegangen bin. Also ich hatte da ein paar Auftritte, konntest du an der Hand abzählen. So in Berliner Clubs, habe die so ein bisschen geguckt, was geht so. Und dann ging eine ganze Menge und ich hatte einfach super viel Spaß. Und im letzten Jahr war ich nicht happy. Für mich war das geknüpft an eine Karriere und an Ziele, die man sich steckt dafür. Und da war ich einfach erst überkopft. Und das sehe ich auch, wenn ich mir das ansuche. Also ich sage immer, das ist Corona-Kai-Edition. Ich bin stolz, dass ich es gemeistert habe in der Zeit. Weil es war schon hart. Es war nicht so easy wie das erste Mal. Aber ich bin ja sowieso ein Mensch, der denkt, Dualität ist das Thema. Und ich freue mich, dass ich beide Erfahrungen gemacht habe. Und die letzte Erfahrung, die gut war, hat mir aber das Feuer gegeben, was ich jetzt brauchte, um die Songs zu machen. Also es führt immer eins zum anderen. Grundsätzlich würde ich sagen, versucht es auf jeden Fall. geht da aber easy ran. Weil im Endeffekt ist das dann auch nur Fernsehen. Auch wenn es Fernsehen ist. Man darf das nicht zu sehr ins Leben übertragen, finde ich. Manche Sachen. Okay. Aber dann stellen wir uns doch jetzt einfach mal vor, Corona wäre vorbei. Wir sind alle irgendwie, keine Ahnung, geimpft. Oder das Virus ist einfach weg. Nehmen wir einfach mal so an. Und die ersten Live-Auftritte stehen wieder an. Wie stellst du dir das vor? Also wie meinst du, du stehst dieses Jahr nochmal auf einer Live-Bühne? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Also es sieht ja aktuell, ich bin ja ein optimistischer Mensch. Und Live ist generell mein großes Ziel. Also ich bin, glaube ich, wenn ich für irgendwas am meisten gemacht bin, dann auf der Bühne zu stehen und zu singen. Auch wenn alles andere viel Spaß macht. Aber ich merke, es fehlt mir extrem doll. Ja. Wenn man anderen Leuten Mucke machen, wenn man einen Bass hat und man spürt die Drums und man kann auch miteinander Musik teilen. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Das ist das. Ja, so Musik teilen ist ja ein gutes Stichwort eigentlich, weil so auch so Stichwort soziale Netzwerke. Wir waren ja eben schon mal so am Thema dran. Ist das denn was, wo du sagst, das würdest du vielleicht auch gerne machen, wenn dann Corona mal vorbei ist? Weil es ist ja schon schön auch für die Fans, dass man so diese Streaming-Konzerte mal hat oder dass man sich ein bisschen mehr austauscht. Würdest du sagen, das ist vielleicht sogar ein Vorteil gerade? Also Streaming-Konzerte finde ich toll. Finde ich bestimmt auch toll für die Fans, die ohne, muss man so sagen, ohne zu bezahlen und ohne sich aus dem Haus zu bewegen was bekommen. Das mache ich aber super gerne. Aber auf Dauer ist das natürlich kein Zustand, weil man ja, man lebt ja voneinander das Publikum vom Künstler und umgekehrt. Und das ist natürlich live viel besser umsetzbar und spürbarer als in einem Livestream. Obwohl das natürlich tolle Möglichkeiten sind, dass wir das machen können. Aber ich setze mich nicht so gern vor eine Kamera und singe. Also das mag ich nicht so. Okay. Nimmst du dir denn Kritik, oder nee, sagen wir es mal anders, wenn du jetzt einen neuen Song rausbringst, wie jetzt zum Beispiel meine Mama oder dann die EP im Herbst, nimmst du dir Kritik da auch, also nimmst du dir die so zu Herzen? Ist man davor so aufgeregt, wenn man denkt so, so, ich gebe das jetzt mal raus, das ist mein Baby, ich finde das 250 Prozent super. Ist man da aufgeregt davor, wo man Angst hat, denkt so, mal gucken, wie die anderen darauf reagieren? Ja, auf jeden Fall. Also man lebt ja auch davon, dass Leute die Musik hören, die man macht. Sonst können die mich ja im Park stellen mit einem Ghetto-Blaster und die Köpfe beschreiben. Man muss aber auch lernen, sich die Meinung nicht so zu Herzen zu nehmen, aber auch offen zu sein. Also bei mir gehen die Songs sowieso immer an Freundeskreisen rum. Komm mal rein, wie findest du das? Wie findest du denn das? Da ist zum Beispiel meine Mama jetzt nicht der Top-Song gewesen, der hat die Leute wirklich gespalten, wo ich dann gesagt habe, ich möchte ja nicht auf Nummer sicher gehen, ich möchte als erstes Single die Message rüberbringen, die ich möchte, auch wenn es vielleicht nicht so viele gut finden. Also da an den Grad zu finden, die Leute schon befriedigen zu möchten, weil man möchte gehört werden, aber eben auch nicht sich dann allem anpassen, was gerade so funktioniert. Das ist wichtig. Okay. Ja, cool. Aber ich habe jetzt, meine letzte Frage ist immer so ein bisschen ein Ausblick, ne, auf dieses Jahr noch. Ich meine, wir haben sie jetzt schon Mitte Mai. Jetzt haben wir ja schon die EP festgehalten. Ist das also Herbst oder hast du da schon ein genaues Datum? Wahrscheinlich dann noch nicht, ne? Weißt du, oder? Ja, September sieht ganz gut aus, aber es wird auf jeden Fall auf meinem YouTube-Stand gepostet. Natürlich. Ja, und jetzt bis dahin ist natürlich eine Menge zu tun. Wir nehmen jetzt gerade Vocals auf und dann gibt es wieder ein neues Musikvideo, was gedreht wird. Ich habe noch ganz viele andere Ideen, die hier irgendwie aus dem Kopf mal raus müssen. Und da habe ich schon gut zu tun. Selbst auch, wenn man jetzt nicht live spielen kann. Es gibt immer was zu tun und vor allem die Zeit zu nutzen, wenn man denn mal kann, auch das zu tun, was man sonst nicht könnte, wenn man auf Tour und so weiter ist. Also man muss es positiv sehen. Ja. Ja. Aber du hättest zur Not auch noch Zeit für ein, zwei Live-Auftritte, wenn es denn wieder geht. Definitiv. Also das ist keine Arbeit. Das ist für mich der Ausgleich zu all dem anderen, was man machen kann. Es ist organisatorisches mit dabei und da ist so ein Live-Auftritt perfekt, um das auszubalancieren. Ja. Aber vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr euch irgendwie meine Mama mal anschauen möchtet, also wenn ihr euch nicht meine Mama, sondern seine Mama im Video anschauen möchtet, ich verlinke euch das alles unten und dann schaut gerne mal rein. Vielen lieben Dank, Kai. Hat mich sehr gefreut. Ich danke dir auch. Bis dann. Ja, mach's gut. Ciao. Bis dann. Bis dann.